Hallo und willkommen zurück zu Thief. Hier haben wir beim letzten Mal das Auge gestohlen. Das heißt, es fehlt jetzt noch die Krone und ein spezielles Beutestück. Und ich bin nicht ganz sicher, aber ich glaube, wir müssten vielleicht dazu am besten wieder zurück in die Porterhalle. Ich habe das Gefühl, da habe ich vielleicht was gesehen. Denn ich habe ja jetzt in dieser T-Zero-Halle so ziemlich alles abgegrast. Jetzt geht der Strom wieder an. Wo wir hier gerade stehen, können wir euch da ausprobieren. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich hier aber noch nicht ganz alles durchlaufen habe. Moment, das war glaube ich beim Eingang hier. Ach nee. Westflügel. Ja genau, da bin ich noch gar nicht durchgelaufen. Und da leuchtet uns auch schon das erste, beziehungsweise das nächste Beutestück entgegen. Das sieht auch gut aus. Vielleicht finden wir hier dann im Westflügel noch die Krone. Das ist nochmal dieselbe Beschreibung, die wir jetzt, glaube ich, schon zweimal gesehen haben. Hallo. Jetzt ist der Strom wieder da. Oh, da vorne läuft einer. Schnell in den Schatten. Okay. Da habe ich doch echt den ganzen Westflügel übersehen. Ähm, das gefällt mir jetzt auch nicht so. Alles hell, alles hell. Schade, ich habe gehofft, dass es jetzt ein bisschen besser läuft. Na gut. Zwei Giftbomben haben wir noch. Da sind Gitter. Und ich höre so, ein Abwehrsystem. Das heißt, ich muss wohl nochmal zurück. Den Strom wieder ausmachen. Und da haben wir dann auch die Krone. Da bin ich doch mal sehr gespannt, ob ich den ganzen Weg schaffe. Bis der Strom wieder angeht. Da sollte ich schon noch einige Wachen hier beseitigen, damit ich dann schnell rennen kann. Hm, also komm mal her. Den müssen wir auf jeden Fall. Dann brauchen wir den da noch. Und hier... Gebietsübergang? Also ich komme nicht mehr. Den kenne ich nicht. Ich will mal gucken, wo das hinführt. Und ich muss jetzt den schnellsten Weg vom Sicherungskasten nach unten finden. Können wir endlich einfach... Ja. Alles klar, ist kaputt hauen. Hätte ich ja nicht vorher auch schon mal drauf kommen können. Ähm, das war aber auch kein spezielles Beutestück. Hm. Oh, Moment, Moment. Da haben wir doch... Das Monocle der Kuratorin. Sehr gut. Dann war das das spezielle Beutestück. Das heißt, es fehlt jetzt tatsächlich nur noch die Krone. Und dafür muss ich... Strom ausstellen und schnellstmöglich darunter finden. Geh... Ich aber vergesse nicht, was der schnellste Weg ist. Achso, dann bin ich jetzt wieder hier. Das will ich aber auch gar nicht. Die kommt ja nicht ran. Do that again, I dare you. Ah. Also, ich komme da zum Westflügel. Und... Von da kamen wir doch eben auch. Von da... Da geht es auch zum Westflügel. Okay, das sind die zwei Türen. Jetzt ist nun die Frage, wo kann ich den Strom ausmachen? Ich war doch vorhin an der Stelle, wo ich den Strom ausmachen konnte. Die schweigsame Dame. Achso, das war das andere spezielle Beutestück. Ah, okay. Da ist der Stromkasten. So, ich werde jetzt hier speichern. Am Stromkasten. So, und dann hoffe ich mal, dass ich jetzt das schaffe in der kurzen Zeit. Strom ausmachen. Und los geht's. Boah, das könnte echt knapp werden. Hier runter. Und, äh, da runter. Und jetzt muss ich noch das Gitter wiederfinden. Und da ist der. Wo war das Gitter? Hm. Da. Schneller, 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 schneller. Hey. Verona. Hey. I know someone's there. Schneller, schneller, schneller. Ich würde es hinkriegen. Wovor der Strom wieder angeht. Komm, komm. Ach. Geschafft. Got'em. Easy. Aha. Well, not exactly easy, but I was expecting more interference from them all. Hm. Garret noch so, oh, das war Kinderspiel. Äh, nein. Es war mit Sicherheit kein Kinderspiel. Aber Garret hatte auch eigentlich erwartet, dass, ähm, Gamal hier die Sache noch ein bisschen schwerer macht. Und so, wir müssen jetzt wieder nach draußen finden. Wir haben alle Aufgaben hier im Museum erledigt. Wir haben Beutel gestohlen. Wir haben sogar jetzt zwei spezielle Beutelstücke gefunden. Das Auge, das Herz und die Kurschokrone gestohlen. Und jetzt müssen wir das Gebäude wieder verlassen durch den Eingangshof. Alles gut. Alles gut. So, den hab ich jetzt ausgerannt. Ich bin ihm davon gelaufen. Ich guck grad hier nochmal rein. Ach so, das wär dann die andere Seite gewesen. Also, wir hätten auch hier dann von hier aus kommen können, statt durch das Gitter zu gehen. Mission beenden. Möchten Sie die Mission wirklich beenden? Ja, das möchten wir. Ich habe eine Redaktion für heute Morgen ein Report. Museum, nicht die Führung, nachher. Die Führung nabst alles, was wir haben, bei Wealdström. Turns out Gamal nicht da war. Ich würde gerne wissen, was sie hat alle Nacht gemacht. In any Fall, alle fünf Artefacts sind in meine Hande. Jetzt zu sehen, mit Artemis in der Stonemarket Plaza. Es ist Zeit, zu finden die Wahrheit. Once und für alle. Mission gemeistert. Ich sehe schon die Schlagzeilen von morgen vor mir. Museum, alles andere als einbruchssicher. Die plündert Willström. Offenbar war Gamal nicht dort. Ich wüsste nur zu gern, was sie die ganze Nacht getrieben hat. Na jedenfalls habe ich alle fünf Artefakte. Jetzt aber schnell. Artemis wartet auf dem Stonemarket Plaza auf mich. Es wird Zeit, die Wahrheit ans Licht zu bringen. Und ich würde sagen, dann schauen wir doch mal... So, das ist jetzt wieder dieser Tunnel, wo wir ins Museum eingebrochen sind. Und wir müssen uns jetzt mit Artemis treffen. Na, da auf. Was bedeutet das, sie zu dir? Du findest, Orland? Was ist mit dir? Artemis und Garret. Ich bin glücklich, dass ich mit dir verstanden bin. Ich war... Du warst, Artemis. Ich habe verloren, meine Balance. Du hast mich gebrochen, auch nachdem, nachdem du warst. Es waren die Glyphs. Der Draht hat uns zu starken. Wir haben uns zu tun, als wir sie als Keeper der Stadt sind. Aber jetzt, was wir in Sicherheit halten? An empty box, ein Buch von blanken Pägen. Du sprach nonsensierst, Orland. Nein, nein. Du warst. Ich habe mich nicht zu sehen. Die Klocktower. Ich dachte, es war mir. Aber es war uns alle. Ich verstehe, warum die Glyph Prophecies nicht mehr in die Zukunft sehen können. Zurück zur Bibliothek, Orland. Jetzt ist nicht die Zeit. Die Glyphs haben unsere Keeper geworden. Wir können sie nicht mehr nicht mehr nutzen, um unsere Interesse zu verhindern. Wir müssen uns zu sagen, Garret, die Wahrheit. All right. Garret, was wir gesagt haben, du bist derjenige, die die Artefakt nutzen müssen. Das ist wahr, aber du bist nicht zu zerstören, den finalen Glyph. Nein, du musst... Ja, 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 ja. Da hat wohl jemand die Glyph der Verwandlung benutzt. Und sich als Artemus ausgegeben. Also, ähm... Damit ist die Aufgabe verworfen, dass wir uns mit allen Artefakten zum Treffen mit Artemus begeben. Und dafür sind jetzt die neuen Aufgaben hinzugekommen. Legen Sie das Herz auf das Bradshaw-Monument auf dem Odell Plaza. Stellen Sie den Kelch auf das Katal... Ich kann nicht mehr lesen heute. Katal-Klyss-Mus-Denkmal. Habe ich das jetzt ausgesprochen richtig? Egal. Im Friedhof der Altstadt bei Frau Eisenholz legen Sie die Tatze auf den Gedenkstein an der ersten Landung bei den Docks. Legen Sie die Krone in den Lagerbereich am Fuß des Glockenturms in Stone Market. Das Auge auf den Brunnen im Südviertel. Und ich glaube irgendwie, das sind dann so die letzten Aufgaben, die wir überhaupt noch zu tun haben in diesem Spiel. Und damit geht es dann in der wahrscheinlich letzten Folge weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann. Vielen Dank fürs Zuschauen.